Hallo Leute, ich bin der Miro und heute gibt es mal wieder zur Abwechslung eine Runde Overwatch, denn ich hoffe ja irgendwann mal bei euch das Interesse zu wecken, weil Overwatch ist eigentlich echt geil, zählt euch die Folge komplett rein. Und ja, warum kommt Overwatch? Weil ich derzeit echt keinen Bock habe auf Rainbow Six, das fuckt mich so krass ab. Seit dem letzten Patch wollten die ja eigentlich die Hit-Registration ein bisschen optimieren, seitdem ist es aber bei mir so, dass wieder die Headshots nicht zählen, also ungelogen jeder Dritte oder so ist auf dem Kopf und zählt einfach nicht. Vielleicht ist es dann auch irgendwann, wenn man dann so in einer Abfuckstimmung ist, dass man einfach das denkt, aber ja, derzeit nervt es einfach nur und deswegen gibt es jetzt mal eine Runde Overwatch. Rainbow ist natürlich nicht aus der Welt und ja, jetzt erstmal viel Spaß damit und los geht's. Ja, dann kassiert. Okay, der Hanzo ist mega schlecht. Soldier hat seine Ulti. Hat der Hanzo sich selber gekillt? Ich hab grad Hanzo gekillt. Wie schlecht ist denn der Reinhardt, Alter? Er überlebt es immer noch? Oh shit. Boah. Ey, schon wieder von... Ich sterbe nur von so einer Noob-Scheißer hier. Diese Ulti-Fuckin-Kacke. Ich bin euer Tod. Wohoho, ich bin euer Tod, aber sowas von... ...Ihr Nutten. Das ist... Hey, ohne Mist. Äh. Boah. Alter, wie sie mir direkt in den Gegd kommen. Das erzähl ich jedem. Oh, wir haben es noch. Dicker, wir nehmen es einfach gerade ein. Wittermecker ist rechts. Lol. Dicker, wir haben es in der letzten... Dicker. Das ist doch mal schön. Ja, der ist weg. Von Händen, ja. Aber auch auf Klampe geschossen, der kam nicht. Ich glaube, Dicker schockt. Wollt dann. Scheiße. Na, Roadhog, hilf mir. Die greifen uns ernsthaft mit Mercy ihrer Primärverfahren. Ist das der Ernst? Bei mir glühen die Drähte. Bei mir glühen die Drähte. Wieder Tracer. Boah. Fiese Angelegenheit. Dankeschön. Die war einfach hinter mir, Alter. Hey, wo denn jetzt hinter mir, Mann? Wie, kommt die da mal hoch? Boah. Da oben hängt irgendeine Fotze rum, Mann. Ah, der Schuss. What? Boah. Bei mir stirbt keiner weg. Wupp. Und tschüss. Blut, doch. Ey, ich komm hier an. Sind die einfach schon... Ey. Ich krieg mich auf. Oh, fuck. Ich hätte Pharah haben können. Nein. Hau doch mal hier nicht ab, bitch. Oh, McCree ist schon zu heftig down. McCree ist down. Oh, ne, dass er einen Schuss abgegeben hat. Oh, fuck. Ja, ey. Die ist super. Äh, ne Mercy haben die. Und die rennt hinter nem... Soldier. Ach du Scheiße. Mercy is down. Soldier is down. Bitte, eh? Punkt, der Stand. Ich hab mit 40 Leben. Das ist noch gepackt hier. Boah, das war eine gute Treppe. Verpiss dich, Widowmaker, Alter. Was denkst du, wer du bist? So, und wieder runter. Ah, Tracer wieder. Hab sie. Oder irgendjemand hat sie. Ey, ich hab dich in den Sinn. Wie auch die Schöne hat geschlagen. Ey, ich bin... Schon wieder? Ist das dein Ernst? Ja, überhaupt. Ey. Ich hab keinen Bock. Ey, ich bin all... Ey. Es kann doch nicht sein, dass ich als Erster ankomme und als Letzter gehe. Okay. Mac ist wieder da. Anze, verpiss dich, du Notte. Oh, Rippa, hallo? Alter, was geht denn hier? Oh, wir sind unsterblich hier bei Senjata. Nerf das hier, Fotzen. Oh, wieder kein Geclirr. Oh, da rein in den Suit. Damit sind wir am Ende für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr irgendwelche andere Spiele mal sehen wollt, schlagt das mir gerne vor. Und ich gucke dann drüber, ob ich da halt Bock drauf habe. Weil ich brauche auf jeden Fall eine Alternative zu Rainbow. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye-bye, Leute. Und tschu.